So ihr Lieben, wir verfugen heute zusammen dieses wunderschöne Mosaik mit keiner geringeren Fuge als der PCI NanoFug Premium. So, ich sag euch ehrlich, meine absolute Lieblingsfuge, einfach aus dem Grund, wir hatten bisher noch nie Probleme damit. Lässt sich super einschmieren, lässt sich super abwaschen für innen, für außen, für Naturstein, Steingut, Feinsteinzeug, sämtliche Bandbreite wird mit dieser Fuge abgedeckt. Und als kleines Plus, ihr habt immer noch einen coolen Eimer, den ihr danach entweder als Schwammeimer oder als Fugeimer benutzen könnt. Eingeliefert wird das Ganze in Pulverform im Eimer. Bitte dran denken, Fugenmörtel brauchen nie viel Wasser. Ich wasche immer dann, wenn ich auf die Fuge drücke und am Finger nichts mehr kleben bleibt. Und so sieht unser fertig gefugter Mosaikboden aus. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt wie immer für mehr Content. Euer Flieseliger.